Du Arsch! Banane! Locker auf der Hüfte! Freischwingen lassen! Hallöle und herzlich willkommen! Hier ist der Pink Panther und wir spielen Lost Saga im Livestream. So die erste Runde. Wo bist du, Early? Ähm, ähm, ähm. Ähm, jem, jem? Bist du noch im Essen? Das hast du jetzt nicht gesehen! Wie? Ich bin runtergefallen! Hier, du! Nein, ich bin wieder! Wir sind wieder! Wir sind wieder! Trottel vor dem Willen! Was? Hallo? Halt die Schnauze! Verpiss dich! Geh weg! Lass ihn doch! Huah! Verpiss dich doch! Ich bin gleich schon zu! Kein Bock mehr! Ich schieße dich aus! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Nein, nein! Warte mal! Ohohohoho! Bam! Baby! Wie war das mit deinem, äh, Superheld? Hier bin ich! Ich hab's nicht! Hihihihi! Au! Oh! Nein! Ich hasse mein Leben! Bist du dir wieder runtergefallen, oder was? Ich hab's gesucht! Hier, so geht das! Guck mal! Alliopp! 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 Bist du schon wieder runtergefallen? Hör doch mal auf, als runter zu fallen! Guck mal, ich bin hier! Ich geh mal hier auf die große Fläche, damit dir nichts passiert! Ich geh' weg, ich bin hier auf der Schnauze! Dad, ich geh' weg, ich bin hier auf der Schnauze! Ich bin hier auf der Schnauze! Je bin hier auf der Schnauze! ARGHH! NEIN! Ja! Ja! Jetzt gibts auf die Maske! Guck mal wie er nackig rumläuft Alter Würde ich mal behaupten Geh doch weg Ja ist gut Hier oben bin ich Guck mal Aber wer ist hier Ha ha jetzt hab ich die Nein Guck mal Was ist das? Nein, 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 nein! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Nein! Geh doch weg! Oh Pissi noch einmal! Ja jetzt kassier's doch! Komm doch! Nein! Kha, ha! Zu co! Ja ich bin schon der Herrgermeister. Nein! Ihr wart! Du bist jetzt! Ja, ich geh mit mir! Komm schon! Komm schon! Ich mach dich auch noch nackig fertig, ich mach dich auch noch nackig fertig. Er ist tot, ich kann dich nicht mehr wählen. Ach doch, kann ich. Und meine Lasagne wird kalt. Mir fällt gerade was auf. Was denn? Kann Klamotten werden. Kannst du aber aufhören? Das hält dich aber nicht davon ab, nichts fertig zu machen. Nein, 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 nein. Komm, komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um! Komm, 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 komm! Sommer, 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 Sommer! Nein, ich bae aufhören! So, jetzt nehm ich mal Feurio-Mann. Warte, ich will essen! Du willst essen? Ja, 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 ja! Er sagt, er will essen und jetzt haut er auf mich ein, ey. Feurio-Mann, keine Chance! Gehen Karate! Hier bin ich! Wo ist er denn? Will ich verarschen? Nö. Nein! Ich weiß gar nicht mehr die Dinger davon. Ja, er ist nicht so dolle. Ja, 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 ja. Was? Warum bist du nur nicht verreckt? Weil ich... Ausgekont, ausgewichen bin! Komm her jetzt! Nein, ich muss noch gewinnen! Nein! Mann, tu doch was, du blöder Hampel! Also, er ist irgendwie uncool. Komm schon! Ein Kill kriegt doch zusammen! Nein! Ja! Was? Ding, ding, ding! Was? Niederlage? Was? Ist dein Ernst? Ja, ich hab den falschen Hampel genommen da. Wieso hab ich denn gewonnen? Warum hab ich denn gewonnen? Du hast ja auch zwei Kills! Du hast ja auch zwei Kills! Ja, okay! Du hast ja auch drei Kills! Ja, okay! Ist halt dein Spiel! Ich versteh's nicht! Ich versteh das nicht! Ich versteh das nicht! Ich auch nicht! So! Ähm! Dann würde ich mal sagen... Warte mal, kann ich mich eigentlich hier drüben jetzt hinmachen? Ach nee, das geht nicht! Machen wir jetzt hier erstmal NT! Und ich verabschiede mich aus dem Video übrigens, ne? Das ist auch mal!